Der folgende Passus ist besonders interessant, weil es die Begriffe des Idealtetismus, der Zudeckelung, der Kluft, der Spaltung am meisten betrifft, nämlich die der Begriffe der Freiheit, des Glücks und sogar die Abschaffung des Todes als Utopie betrifft. Ja, ich glaube, dass du eine ganze Reihe von, ja wie soll man sagen, Illustrationen ganz verschiedener Typen utopischen Bewusstseins beigebracht hast. Das hat mit der Sache sehr viel zu tun. Es gibt nämlich nicht so etwas wie einen einzelnen fixierbaren utopischen Inhalt. Wenn ich von dem Ganzen gesprochen habe, so habe ich dabei keineswegs nur an das System des Zusammenlebens der Menschen gedacht, sondern wirklich daran, dass alle Kategorien sich ihrer eigenen Zusammensetzung nach verändern können. Ich würde also sagen, es gehört zum Begriff der Utopie wesentlich dazu, dass sie nicht darin besteht, dass sich eine bestimmte, einzelne, herausgegriffene Kategorie verändert, von der aus sich alles konstituiert. Zum Beispiel die Kategorie des Glücks allein als Schlüssel der Utopie anzunehmen. Auch nicht die Kategorie der Freiheit? Die Kategorie der Freiheit isoliert auch nicht. Wenn es damit abginge, dass man die Kategorie der Freiheit allein als Schlüssel der Utopie ansehen würde, dann wäre wirklich der Inhalt des Idealismus gleichbedeutend mit der Utopie, denn der Idealismus will ja nichts anderes als die Realisierung der Freiheit, ohne die Realisierung des Glücks dabei eigentlich mitzudenken. Also es ist schon ein Zusammenhang, in dem all diese Kategorien vorkommen, in dem ebenso die Isolierung der Kategorie des Glücks, die als Isolierte immer etwas Armseliges und ein Anderen Betrügendes hat, sich verändern würde, wie auf der anderen Seite auch die Kategorie der Freiheit, die dann nicht mehr Selbstzweck und gar Selbstzweck der Innerlichkeit wäre, sondern die sich erfüllen müsste. Ich glaube aber allerdings, und es hat mich sehr beruht, dass du gerade darauf gekommen bist, denn meine eigenen Erwägungen kreisen in der letzten Zeit sehr um diesen Punkt ernst, dass die Frage nach der Abschaffung des Todes in der Tat, ja, der neuraltische Punkt ist. Darum geht es eigentlich. Man kann das hier einfach feststellen. Man braucht nur irgendwann einmal bei sogenannten wohlgesinnten Menschen, ich borge den Ausdruck von Ulrich Sonnemann, der ihn erfunden und eingeführt hat, von der Möglichkeit der Abschaffung des Todes zu sprechen. Da wird also wie, wenn man in ein Polizeirevier einen Stein wirft und dann zur Tür heraus ein Schutzmann kommt, wird man sofort der Reaktion begegnen, ja, wenn der Tod abgeschafft würde, wenn die Menschen nicht mehr sterben würden, das wäre das Allerschlimmste und Allerentsetzlichste. Und ich würde sagen, genau diese Reaktionsform ist das, was eigentlich dem utopischen Bewusstsein am allermeisten entgegensteht. Das, was noch über die Identifikation der Menschen mit bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen hinausgeht, worin sich die verlängern, ist die Identifikation mit dem Tod. Und utopisches Bewusstsein meint ein Bewusstsein, für das also die Möglichkeit, dass die Menschen nicht mehr sterben müssen, nicht etwas Schreckliches hat, sondern im Gegenteil das ist, was man eigentlich will. Es ist übrigens sehr bezeichnend, du hast vorhin von Vorhandenheit gesprochen, und es ist sehr bezeichnend, dass Heidegger bereits die Fragestellung nach der Möglichkeit einer Existenz ohne Tod gewissermaßen abwertet, als eine bloß ontische Fragestellung, die bloß das Daseinde betrifft. Und der Ansicht ist, dass der Tod gleichsam seine absolute ontologische, also wesenhafte Dignität, auch dann behielte, wenn ontisch, also im Bereich des Seins, der Tod verschwende, dass also diese Heiligung des Todes oder Verhalten... Herr Block, würden Sie das akzeptieren, was wir jetzt herausgearbeitet haben, dass also gewissermaßen eigentlich die Angst des Menschen vor dem Tode, und dass er sterben muss, gewissermaßen die tiefste und auch die legitimste Wurzel seines utopischen Denkens ist? Ja, der Zweifelschlag am Ende macht all unseren mindestens individuellen Zweckreihen ein Ende. Entwertet also auch das Vorher. Und wenn nun nichts da ist, es gibt einen Blick von Voltaire über die Trostlosigkeit, die vollendete Trostlosigkeit, die darin liegt, dass wenn man einem Schiffbrüchigen, der in den Wellen schwimmt und kämpft und dringt um sein Leben, der mit dem die Mitteilung macht, dass dieser Ausgang, an dem er sich befindet, es keine Ufer hat, sondern so tot vollkommen im Jetzt, denkt sie, der immer ist und gar kein Streben nötig ist, denn es kommt hier ein Erdnis an. Es bleibt immer das, dasselbe. Also diese stärkste Gegendutopie ist allerdings etwas, ich weiß nicht, ob das der Gang unserer Handlung ist, auf den wir zusteuern, aber zur Erschwerung mag es doch gesagt werden, denn sonst gäbe es nämlich dieses heitländische Wesen gar nicht. Wenn nicht hier in dieser Realität, die unausweichlich ist und die keine Geschichte bisher hat, keine Veränderung hat in ihrem realen Vorgang, wenn diese Realität nicht selbst sich außerordentlich sperrte, erlegen. Die Probes-Exempel, aber damit kommen wir auf ein Gebiet, das dieses transzendiert. Ich habe schon als Transzendenz die so achten, die Freiheit. Das ist meiner Meinung nach schon ein Transzendieren aus den Sozialutopien heraus, der die reden davon zwar, aber im Sinn des Glücks ist das bestmögliche Zusammenleben durch Freiheit oder durch Ordnung bestimmt. Da ist die Freiheit eine Variable oder eine Hilfskonstruktion für das bestmögliche Leben. Freiheit als Pathos kommt nicht in der Utopie von unserem Naturrecht, und zwar im liberalen Naturrecht des 18. Jahrhunderts, in Verbindung mit aufrechtem Gang. Das ist auch im Raum von objektiver aller Möglichkeit, aber nicht dasselbe ist als eine Utopie. Und das andere gar, mir sagte ein Theologe, diese zwei Glieder, diese zwei utopischen Glieder, hier einmal auch das Naturrecht utopisch genannt, Abschaffung, Konstruktion eines Zustands, in dem es keine mühseligen Beleidenden gibt. Das wäre der Inhalt der Sozialutopien, das habe ich versucht darzustellen. Naturrecht ist Konstruktion eines Zustands, in dem es keine erniedrigen Beleidigten gibt. Das ist das Zweite, das ist auch möglich. Aber nun das Dritte, womit die halt sich abgeben, und das ist doch nicht das Wunder, sondern der Tod ist des Glaubens liebstes Kind, lässt sich dann hier sagen. Und ein Wunder gehört dazu, um den Tod aus dem Sicht zu heiß zu bringen. Das heißt dann Abschaffung Christi. Dieser Glaube, dieses Andere dagegen, wer rettet mich vor dem Tod, vor den Kiefern des Todes, wie es in der Bibel heißt, nein, das ist nicht mehr. Dieses ist doch transzendent, das können wir ja nicht machen. Da muss man nur für den Tod Christi Aufstehung haben. Es ist also etwas, das auch das Utopische in der Wahl seiner möglichen Mittel transzendiert. Und gehört zur Utopie. Ja, also das glaube ich auch. Denn die Abschaffung des Todes, sich einfach als einen scientifischen Vorgang vorzustellen, also sozusagen dadurch, dass man die Geschwelle zwischen dem organischen und dem anorganischen Leben durch weitere Entdeckungen überschreitet, das ist es wohl nicht, worum es dabei geht. Es gibt in der ganzen Utopie etwas sehr tief Widerspruchstores. Nämlich, dass sie auf der einen Seite ja, ohne die Abschaffung des Todes gar nicht konzipiert werden kann. Dass aber auf der anderen Seite diesem Gedanken selber, ich möchte sagen, die Schwere des Todes und alles, was damit zusammenhängt, innerwohnt. Wo dieses nicht drin ist, wo die Schwelle des Todes nicht zugleich mitgedacht wird, da gibt es eigentlich auch keine Utopie. Und das will mir scheinen, hat für die, ja, wenn ich das so grauslich ausdrücken darf, für die Erkenntnistheorie der Utopie eine sehr schwere Konsequenz. Sehr schwere? Konsequenz. Ja. Dass man nämlich die Utopie nicht positiv ausmalen darf. Jeder Versuch, die Utopie nun positiv einfach zu beschreiben, auszumalen, so und so, wird das sein. Wäre ein Versuch, über diese Antinomie des Todes hinweg zu gehen und so zu reden, von der Abschaffung des Todes, als ob der Tod nicht wäre. Das ist vielleicht der tiefste Grund, der metaphysische Grund, dafür, dass man eigentlich von Utopie nur negativ reden kann, wie es die große Philosophie schon in Hegel und dann viel nachdrücklicher noch in Marx ja bestimmt hat. Negativ heißt nicht in Abwertung natürlich. Nein, nicht in Abwertung der Utopie, sondern nur in der bestimmten Negation dessen, was ist. Weil das die einzige Gestalt ist, in der ebenso der Tod mit ist, mit drin ist. Und deshalb glaube ich, aber das ist nun sehr thiesenhaft, dass das Verbot des Auspinselns der Utopie oder das Verbot bestimmter Utopien im Einzelnen zu entwerfen, wie es Hegel und Marx haben, Hegel hat es insofern, als er den Weltverbesserer prinzipiell ja abwertet und ihm gegenüber, und das hat Marx unmittelbar von ihm genommen, den Gedanken der objektiven Tendenz setzt und die Verwirklichung des Absoluten, also das, was man bei Hegel Utopie nennen könnte oder in seiner Jugend nennen musste, hat ja genau in diesem Moment eben bestanden. Was da gemeint ist, ist eigentlich sich um der Utopie willen zu verbieten, von der Utopie ein Bild zu machen. Im tiefen Zusammenhang mit dem Gebot, du sollst dir kein Bild machen, das wahrscheinlich ebenso die Abwehr der zu billigen, der falschen, der Utopie ist, die sich abkaufen lässt, wie eigentlich gedacht wird, um der Wirklichkeit der Utopie, um der Wahrheit zu werden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt... Womit wir sogar wieder ein Bogen zu der ersten und sozusagen aktuellen Frage, den aktuellen Tatbestand haben, dass Utopie entspannt wird, indem ich sie als Sein darstelle oder wenn auch nur Abschlusszahlungen als Reicht darstelle. und Vielen Dank.